kann man das ausstellen das nervt mal richtig tutorial modus minimal das geht mir langsam echt auf den keks rüstung karte ziele farinsort betreten faffen die fachnis wort machen wir einfach mal jetzt nur noch den weg zurück zum schwarzen atem ich bin gerade so macht was mir gefällt dazu gag einfach die kämpfte wundervoll sie kämpfte wundervoll so warte nur Wohle lang Gott, oh Gott Gott, diese Verkabelung Ich brauche definitiv noch ein anderes HDMI-Kabel Mal gucken So Ich hoffe, wir sind bereit dafür Äh, gute Frage, Hinata Ich kann es dir so nicht beantworten Okay, heute hat die anscheinend wohl echt keinen Bock Ich weiß auch nicht, was das ist Tut mir leid Ist das denn ernst? Nee, das wird, denke ich mal, einfach an den Einfach nur an den Oh, der Mi, der Playstation Dass das einfach mal so zwischendurch mal rumeiert Oder so, keine Ahnung Wenn ich es wüsste, könnte ich es dir beantworten Aber ich weiß es leider echt nicht Ich weiß nicht Mal gucken Na Meine Häscher Häscher Na, dann gucken wir doch mal Oh, was wir wohl da Sag mal Kann ja wohl nicht wahr sein Guck mal Also kaputt ist die Capture Card nicht Also die ist neu Und wenn die kaputt wäre Dann wäre das eigentlich echt Eine richtige Frechheit Okay da haben Truhe Da Da und Wo ist der Anwalt Zeige er sich Hä? Toller Noch eins Wo war das andere Ding? Wo 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 wo? Bitte 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 Jawoll Oh yeah Vielleicht hat die einfach auch Nur ein bisschen Startschwierigkeiten Das kann auch sein Verschloss Such einen anderen Eingang Ja Und zu mich Okay Vielleicht wird das mit dem nächsten Update Der Capture Card aber auch besser Ich weiß es nicht Mal gucken Wir lassen uns überraschen Irgendwie ist es komisch Na gut Runter Junge Junge Er kann auch seinen richtigen Namen einfach nicht aussprechen Hey noch eine Schatzkarte Hä? Noch eine Ach ne Was 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 Ach du Ernstes Okay Ja vielleicht musste auch erst warm werden Alles gut Böser Vogel Böser Vogel Böser Vogel Ja wie gesagt Wir werden sehen Hau ab Und kaputt Nur dämliche Töpfe Und Traugarten Keine magischen Schätze Und kein Witzschrei Ah toll Erwarte niemals zu viel Junge Dann wirst du auch nicht enttäuscht Okay Ist hier noch irgendwas? Nein Und weiter geht's Oh Hoppla Ach das Witzschirm Äh wo? Okay Wir folgen ihm In deinem Gesicht Ja komm Alte Glaub's ja wohl Boah Der hat mir grad richtig gegeben Brauchen wir den? Verdammt Nehmen wir mal kurz was trinken Ach ja Wie gesagt Das kann ja nicht immer alles hinhauen Mit der Technik Okay Der geht runter Der geht runter Dann musst du nicht so schnell essen Dann wäre deine Tüte jetzt auch noch nicht leer Graf so Grof so ja aber etnus flips konntest du mir sagen wie die ankommen sollen? Danke, ist ja nix ja die schmecken gut, ja aber das sind etnus flips ist so absolut gar nicht meins denn lieber schön chips oder sowas, voll geil schön gesalzene chips, mega oder einstellen haben wir noch ich hab´s gesehen also soll ich nicht zu viel erwarten aber mit einem angriff rechnen? es ist ein kompliziertes gleichgewicht rechne mit dem schlimmsten mutmaße niemals und rechne immer mit einem angriff wenn du Glück hast wo ist er denn jetzt? aber dann hättest du jetzt noch was oder hättest du jetzt zwei tüten etnus flips einpacken müssen oh 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 lass doch los was ich bin doch nix zum essen hä? sag mir doch lass mich in ruhe also ach nun reg dich nicht auf ist doch nicht schlimm Hinata aber ich kenn das, ich weiß wie das ist es ist schlimm so letzter Raum äh ja geh vor hier dann ich glaub bald ne ja scheint so ach komm das riecht doch einfach nach Zwischenboss okay willst du auf meine Leiche pissen? du undankbarer Kleiner ey wer seid ihr zwei? wir suchen einen Wetzstein wo ist er? tja, es war einer in diesem Raum mein Sohn schärfte seinen Deuchterern und stach ihn mir dann in den Rücken was? dieser Mistkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute ich war hart zu ihm ja es kam nicht mal überraschend ich tat dasselbe als ich in seinem Alter war er tötete sein Vater? wo ist er jetzt? er ist mein Mistkerl aber er ist mein Mistkerl ich werde dir nicht helfen Nare dann helft mir sein Dolch hey! der gehört mir! hey! komm Junge wir gehen ja hm hm ah wieder alter Gott wo denn? was denn? Oma hier Ja wo denn? jest kur jetzt Klim gece Nummer 1 Zack Und die nächsten Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Was haben wir hier Das nehmen wir Damit habe ich gute Erfahrung Okay Und ganz viel Hacksilber Und das nehmen wir hier